So, heute ist Türchen Nummer 11 dran mit Schneemann. Schauen wir mal, was die Reka in ihren Adventskalender diesmal gepackt hat. Oh, ist ein bisschen hängengeblieben. Also, hier haben wir wieder ein nicht abgelaufenes Creamy. Ist noch bis Januar gültig. Und wir haben in der Tüte ein Milka-Schokoriegel und einen Schoko-Schneemann. Vielen Dank, liebe Reka. Vielen Dank.